Warte mal, haben die auch noch Munition dafür? Moment, Moment, ich sammle nur kurz Munition ein. So, okay, das müsste reichen. Einmal ist immer lieb. Warum will sie mich denn finden? Was will sie mit mir machen? Das ist jetzt die Frage. Oh, das war ich nicht. Oh, was ist das denn für einer? Habe ich den? Sehr schön. Oh, was ist das denn? Ist das noch so ein Fettsack? Ich glaube, das ist noch so ein dicker. Ja. Scheiße, ich habe mich so früh gefreut, das ist jetzt die Strafe. Ich glaube, das ist noch ein Stück. Wenn sie dich bis jetzt noch nicht getötet hat, was würde sie dann von dir wollen? Ich habe keine Ahnung, sie würde Babys machen oder so. Kuscheln! Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Babys komme. Alter! Ich habe es gesehen. Reicht! Okay, Musik ist jetzt still. Oh, eine Rutsche! Kann ich auch schaukeln? Komm, das wäre so cool. Komm! Ich fliege! Okay, der war echt schlecht, aber hey. Hm, wir müssen wieder hier hin. schon wieder irgendwo runter. So, Moment, ich gucke nochmal, ob hier noch Munition liegt. Zack. Oder was hier ist. Gott sei Dank gucke ich mich öfters um. Hammerheads. Was ist das denn? Habe ich irgendeine Waffe, die ich nicht mehr brauche? Scheiße. Ich tausche mal nur kurz. Alles klar. Nicht so mein Stil. Aber die benutzen jetzt die Waffe, das ist natürlich doof. Ja, deswegen will sie ja bei mir sein, kuscheln und so und Babys machen und so. Aber sie soll es dann bitte netter machen und nicht so, dass ich mich in die Hose einpinkel. Weil sie schafft es immer mehr. Ich hoffe, sie sind bald hier. Hier wird es immer schlimmer. Ja, ich will. Ach, ich habe andere Probleme, ey. Sanitätsraum gehen. Ich wiederhole zum Sanitätsraum. Finden sie den Sanitätsraum. Lebend. Oh, du bist so ein kleiner. Nein! Nein! Wie lebt der noch? Das kann nicht wahr sein. Das war ein Fail, ja. Ich habe voll hier gegen geworfen. Gegen dieses Ding. Was ist das jetzt hier? Die Bücherei oder was? Oh, ich muss mal kurz mich wieder hinsetzen. Ich rutsche irgendwie immer weiter runter. Kurz Pause. Ich muss aufpassen, dass wenn ich spiele oder so, dass ich nicht während des Laufens trinke. Weil wenn ich mich erschrecke, ich spucke es aus. Oder erstick daran. Weil eigentlich spiele ich und trinke dabei. Also, ich würde jetzt laufen und trinken. Und nicht Pause drücken. Das mache ich auch, weil ich Angst habe, dass Alm auf einmal auftaucht. Wo bin ich? Oh, scheiße. Was soll ich sagen? Ich bin zu euch gelaufen. Ich wollte nicht mal hier lang. Das stimmt doch gar nicht. Voll die Lüge hier. Cheating. Okay, ist aber cool, dass sie so eine Poster dafür haben. Weil es alles schlecht ist. Und dass man zur Strafe zum Direktor muss. Ach, Alma. Wir können doch über alles reden. Wir können über alles reden. Ohne, dass du vor mir auftauchst und mich erwürgst. Das wäre so nett von dir. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt hier reinkommen. Wow, das schützt mich echt. Toll, jetzt habe ich es umsonst gemacht. Ey, bitte, jetzt kommt keiner rein. Die haben es zugeschweißt. Ich dachte, die machen es auf, okay. Hätte ja sein können. Alma? Ja, 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 ich bin da. Oh fuck, bitte nicht in eine Toilette jetzt. Oh nein. Wir werden viel Zeit zum Reden haben. Oh nein, nicht Toiletten. Nicht Toiletten. Ach, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Danke, so viel Chlorollen brauche ich aber nicht. Mami. Mami. Oh mein Gott. Tja, da ist halt noch ein Klo, ne? Oh. Oh. Oh, scheiße. Ich habe mich von meinem eigenen Spiegelbild jetzt erschrocken. So sehen wir also aus. Einmal. Ich will nicht. Wir können über alles wirklich reden. Kleines Messstück, du. Ich mag dich nicht. Ich will nicht mit dir Zeit verbringen. Wusstest du das? Ich will nicht bei dir sein. Ich will ohne dich. Weitermachen. Stundenplanänderung in dieser Woche. Rotkehlchen, Marienkäfer. 13 Stunden. 13 Stunden? 9 Stunden. 14 Stunden. Labor. Laubfröchte. Laborfröchte habe ich gerade gelesen. Die Mittagspause fällt aus. Ey, sowas könnt ihr doch nicht machen. Also. Das ist natürlich nicht so nett. Zuhören. Was für ein Pilz-Coffee. Die Schule ist aus. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt geht dieser Terror schon wieder hier los. Oh mein Gott. Jetzt geht dieser Terror schon wieder hier los. Oh. Oh. Einmal! Nein. Da geh ich nicht lang. N-n-n-n-n-n-n-n-n. Oh. Hier ist es auch nicht besser. Die hier wird es nicht besser sein. Die ist überall. Ich höre irgendeine Kinder. Weiß ich nicht. Irgendeine Stimme. Ein Baby. Irgendeine Babystimme. Oh mein Gott. Babys. Da war irgendein komisches Bild vorhin. Da habe ich irgendwas gesehen. Das sah aus wie Alma ein bisschen. Da ist noch eine Akte. Oh mein Gott. Die Stimme, ey. Zehn Minuten noch. Yay. Und Mathe überstanden. Geht es jetzt ins Deutsch? Ja, wir machen jetzt Deutschunterricht. Nee, wir machen Psychologieunterricht. Wie kriegt man einen Anfall? Oh mein Gott. Aufgabe. Schreibe auf, was in dir besonders ist. Was unterscheidet dich von allen anderen? Manchmal weiß ich, was andere Leute denken. Wenn ich meinen Bruder frage, wo meine Puppe Susie ist, tut er ganz unschuldig. Aber ich weiß, dass sie im Katzenklo vergrab. Was? Sie ist im Katzenklo vergraben. Außer einmal. Da hat er sie im Kuchen versteckt. Okay. Ja. Wir gehen mal weiter. Hier hat sich nichts verändert. Hier ist wieder Alma. Gut, dann haben wir uns das auch mal angeschaut. Ich muss jetzt sowieso nach oben. Scheiße. Hey. Komisch, die Kinder, ja. Was denn? Reicht doch. Ui, ich glaube, Alma war hier. Ach, hier haben die geschlafen. Knife. Okay. Was ist das? Das sind Zahlen und Buchstaben. Ach so, das ist so eine Art Hilfe. K für Knife. Lightning. Lightning. Oh. Ein Primat. Süß. Das haben die echt niedlich gemacht. Ich muss mal duschen. Ich fühle mich jetzt wieder so sauber. Oh, nicht schon wieder ein Klo. Okay, gut. Klo überstanden. Oh, da ist ja noch ein Klo. Ist ja gut. Ich gehe ja schon rein. Oh, eine Spritze. Auf dem Kinderklo eine Spritze. Also, hallo? Was soll denn die Scheiße? Ich schaue mir alles an. Nächste Klo überstanden. Gott sei Dank. Äh, du wirst noch Silber in der Season? Cool. Du hast ja auch ziemlich spät angefangen, glaube ich. So, rot. Ja, die hat echt Spaß daran. Das ist ihr liebstes Hobby. Sie mag die Farbe rot, deswegen macht sie das auch. Oh, okay. Da scheint der richtige Weg zu sein. Wartet mal. Okay. Okay. Ich will in den Himmel. Panzerung voll. Verdammt. Oh Mann, ey. Das scheint hier wieder so ein Kampfareal zu sein. Aber wenigstens wieder draußen. Aber hier sieht es auch nicht gerade einladend aus. Oh. Oh. Ach so, du warst auf Gold. Okay, dann ist es nicht gut. Ich hab's jetzt, äh, falsch verstanden. Das hab ich falsch verstanden. Aber ich kenn das, absteigen, aufsteigen, das ist da ein Overwatch, so ein Hin und Her. Halt auch mit dem Team, so. Hat einer einen Clip gemacht? Ich mach schon die Clips selber, ich lad die dann hoch. Auch hier auf Twitch. Meine Fails. Warte, ich muss mich kurz vorbereiten, das war ja grad total scheiße. So, ich mach mal hier diese Minen überall hin. Ich seh schon, ich werd wieder mit explodieren, ne? Mehr hab ich nicht. Ähm. Ähm. Das wird lustig. Lustig, lustig. Ich muss aufpassen, dass die mich jetzt hier nicht umrunden. Ich kenn die noch. Drei Minen hab ich noch. Ich muss nur da reinlaufen, dann ist alles super. Aber bitte nicht, wenn ich da bin. Aber bitte nicht. Weil wir... Wir verure dich dann. Und das ist immer wieder abort.